Der Ball ist rund und die Erde ist ein Dorf. Die Welt passt ins Stadion. Und wer ist der Chef vom Stadion? Ich. Also, angeblich trägt die Welt ja gerade eine Meisterschaft aus. Aha, die Welt, so so. Die ganze Welt, tja, ich glaube, das kann man so nicht mehr sagen. Jetzt nicht mehr. Denn was bitteschön ist denn eine Weltmeisterschaft ohne Deutschland? Deutschland ist ausgeschieden. Oder muss man sagen, Deutschland wurde ausgeschieden? Wie auch immer. Ausscheidung, das ist ein so hässliches Wort. Hässlich wie, wie, ähm, eine Weltmeisterschaft ohne Deutschland. Kastriert, amputiert, unvollständig. Unvollständig wie, wie, äh, ein Sonntagabend ohne Rosamunde-Pilcher-Film im ZDF. Wie eine Anne-Will-Talkshow ohne Hans-Olaf Henkel. Oder, um's mal so dramatisch wie nötig zu sagen, unvollständig wie eine Bratwurst ohne Senf. Gut, manche nehmen ja auch gerne Tomatenketchup. Oder Curry-Soße. Ich hab sogar schon welche gesehen, die machen da so eine Art chinesisches Maggi dran. Natürlich. Letzten Endes ist es eine Geschmacksfrage. Aber ich persönlich sage, also da hört's für mich dann auf. Ich bin weiß Gott keiner, der nicht auch mal Viere gerade sein lassen kann. Aber da hab ich dann überhaupt kein Verständnis mehr für. Und auch mein Umfeld, mit dem ich dieses Thema wegen der aktuellen Ereignisse in den letzten Tagen wirklich intensiv diskutiert hab. Also ich und mein Umfeld, wir beide, wir sagen, wenn ich mal alles zusammenzähl und einen Strich drunter mach, sagen wir, ne, Senf. Ich sag ja immer, der Ball ist rund und die Wurst passt ins Stadion. Aber ne Wurst ohne Senf, der ist für mich wie, wie, äh, na sag mal hier, äh, äh, genau. Wie ne Weltmeisterschaft ohne, Dings, hier, ähm, ohne Deutschland. Na ja, da kannst du ja jetzt in der nächsten Halbzeitpause mal ne Bratwurst lang drüber nachdenken. Eine Bratwurst. Schaffst du schon. Glück auf.